Das Thema möchten wir gerne vertiefen und sprechen jetzt mit Helmut Steuer in Stockholm, uns zugeschaltet. Wie rechts wird Schweden denn jetzt unter dem voraussichtlichen neuen Ministerpräsidenten Kittersson werden? Das wird schon ein spürbarer Rechtsrutsch werden, denn Ulf Christasson von der Moderatenpartei, das ist eine konservative Partei, hat keine eigene Mehrheit, muss also sich Koalitionspartner suchen und die wird erfinden in den Liberalen, in den Christdemokraten und eben in der rechtspopulistischen Partei der Schwedendemokraten. Das ist eine Partei, die aus der Neonazi-Szene entstanden ist, die sich heute deutlich bürgerlicher gibt, aber das ist eine Rechtspartei, die gegen Einwanderung kämpft, die die Entwicklungshilfe streichen will und so weiter. Also das wird eine ganz schwierige Regierungsbildung, denn Christasson steht auch noch vor dem Problem, dass die beiden anderen Partner, die er mit an Bord holen will, absolut gegen eine Beteiligung der Schwedendemokraten sind. Vermutlich wird das ausgehen wie in Dänemark, dass man sich von den Schwedendemokraten nur unterstützen lässt, dass sie also nicht Bestandteil der nächsten Regierung werden, dass sie also nicht Mitglied einer Koalition sind. Wenn wir jetzt aber einmal tatsächlich auf die Wahlverlierer blicken, und zwar die bisherige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Andersson, da muss man sich ja fragen, was hat sie falsch gemacht, was hat ihre Partei falsch gemacht, dass man trotz Erfolge der Regierungsarbeit jetzt abgewählt wurde? Ja, ich würde nicht sagen, dass Margareta Anderssons, Magdalena Anderssons Sozialdemokraten die Wahlverlierer sind. Die Partei hat eines ihrer besten Ergebnisse mit über 30 Prozent Anteil erreicht, aber sie hat auch eine Minderheitsregierung geführt und ihre Partner haben deutlich verloren, sodass das Linksbündnis drei Mandate weniger erhalten hat. Was die Wähler ihr angekreidet haben, ist, dass die Sozialdemokraten seit acht Jahren regieren, immer wieder versprochen haben, die Bandenkriminalität in den Griff zu bekommen, und das ist ihnen einfach nicht gelungen. Schweden nimmt einen ganz traurigen Spitzenplatz in Europa ein, was Morde durch Bandenkriege betrifft. Allein in diesem Jahr bis heute sind 46 Menschen auf offener Straße im Zusammenhang mit diesen kleinen Kriegen erschossen worden. Wie kommt denn dieser Machtwechsel in der Bevölkerung an? Hat man jetzt in Schweden Sorge und Angst vor einem Rechtsruck? Nein, noch hat sich die neue Regierung ja gar nicht gebildet. Also Magdalena Andersson ist vor einer guten Stunde, vor einer guten Stunde hat sie ihr Rücktrittsgesuch eingereicht. Und jetzt fangen eigentlich erst ab heute Nachmittag Regierungsbildungsverhandlungen durch Ulf Christa schon an. Und insofern schaut man jetzt mit Spannung einfach drauf, was dabei rauskommt, wie groß der Einfluss auch der Schwedendemokraten werden wird. Denn die werden natürlich als größte bürgerliche Partei in diesem Mitte-Rechts-Block, werden die harte Forderungen stellen. Vielen Dank Helmut Steuer für diese Einordnung und Analysen. Vielen Dank.